Hallo Leute, weiter geht's bei Shadow of the Colossus. Äh, wow, jetzt hab ich mein Pferdchen gerufen, vermutlich. Wir haben unseren ersten Koloss gefunden. Der setzt sich hin. Wow, der ist bewaffnet. Ich hab hier Pfeil und Bogen. Kann ich den jetzt irgendwie abfeuern? Aha. Wow, jetzt hab ich ne Lebensleiste da vorne. Mach ich dem so Schaden? Ich denke ja nicht. So, bam, Ende. Oh, er kommt näher. Oh, ich denke, ich sollte mich mal bewegen und mein Schwert ausrüsten. Hat er mich... Oh, shit, er hat mich gesehen. Oh, verdammt, er hat mich gesehen. Ich denke, ich sollte mich aus dem Staub machen. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, die Kamera. Sie ist falsch herum, quasi. Was? Hebt euer Schwert, damit das Licht auf den Koloss fällt. So wird die Schwachstelle enthüllt. Aha, aber dafür muss ich vermutlich erst in die Sonne gehen. Ja, 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 hab verstanden, hab verstanden. Oh, leck mich, leck mich, leck mich. Leck mich. Was machst du da? Halt einfach an. Ja, das Pferdchen ist nicht da. So, hier ist Sonne. So, und jetzt? Nicht der Kopf. Ich war... Oh, fuck, ich muss hier weg. Ich hab keine Schwachstelle gesehen. Scheiße. Ich hab echt keine Schwachstelle gesehen. Hier hab ich bestimmt kein Licht, oder? Doch. Hä? Doch, der Kopf. Ja, bestimmt der Kopf. Na gut, meinetwegen. Oh, 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 weg. Oh, shit, weg. Oh Gott, hat er mich erwischt? Ja, hat er mich. Shit. Los, greif doch an, Mensch. Stimmt hier rauf. Bam. Bam. Äh, das war nix. Nein. Er verzieht immer so scheiße. Ich glaub, ich möchte weggehen. Ich glaub, ich möchte weggehen. Guck, der Kopf ist... Wow. Der kriegt mich aber nicht, oder? Nein, der kriegt mich nicht. Mann, ich drücke immer X, um mein Pferdchen zu rufen. So, mein Freund. Ich habe... Hallo? Nein, was mach ich denn da? Auf den Kopf. Ins Gesicht muss ich treffen. Ins Gesicht, so. Irgendwie mach ich ihm keinen Schaden. Oh, oh, weg, 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 weg. Geh weg. Nein, ich... Ich hab die Steuerung echt nicht im Griff. Ja, steh auf, du der... Hallo? Kamera, hör auf, Scheiße zu bauen hier. Fuck, ich bin schon halb tot. Seht euch das an. Ich hab es nicht so richtig im Griff, kann das sein? Ich hab ein bisschen Respekt vor diesem Kerl. Du musst ihn erklimmen. Aha. Ach so, ich verstehe. Ich kann ihm so keinen Schaden machen. Ja gut, dann... Leg das hier weg. Leg das auch weg. Dann erklimmen wir ihn mal. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh Gott, der ganze Staub hier. Ich kann nicht ziehen. Oh Gott. Altenes Schwert. Ah, ich mach ihm Schaden. Wow. Tagieren Sie, wo Sie sich festhalten. Nein, 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 nein. Shit, shit. Runter, 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 runter. Verdammt nochmal. Ich brauche zuerst wieder... ...dingens hier. Weiß ich nicht. Oh fuck, ist das Ausdauer? Los, hoch da. Halt dich fest. Und jetzt zu stechen. Komm schon, zack. Das war irgendwie nicht gut. Glaube ich. Und? Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Und? Nein, hör auf. Shit, ich muss runter, ich muss runter, ich muss runter. Oder ansonsten verliere ich doch bestimmt meine. Zack. Scheiße, ich muss runter. Kann ich ihm am anderen Bein auch irgendwie Schaden zufügen? Ne, hier kann ich mich nicht festhalten, weil da ist kein Fell. Shit, steh auf, du Jut. Hör auf, nach deinem Pferd zu pfeifen. Das ist nicht da. Holy shit. Ich habe mir das Ganze ein bisschen zu leicht vorgestellt. Wie gesagt, ich habe auch noch Probleme mit der Steuerung. Kletter höher, bitte. Nein, hör auf damit. Ich kann nicht höher klettern irgendwie. Greif nochmal an. Hör jetzt. Verdammt. Hier, greif an. Ja, ich sehe das grüne Teil da. Nein, verdammt nochmal. Hier ist so ein grünes Symbol. Stimmt, dann steht, ich muss runter. Ich verstehe es echt noch nicht so ganz. So, hat nichts gebracht, ich weiß, aber was soll's. Shit, oh, und ich muss unbedingt die Kamera umstellen. Sonst bringt das gar nichts. Oh, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. So, und jetzt. Stich zu. Jetzt. Hat das was gebracht? Ich glaube nicht. Ich muss bestimmt hier hinten treffen. Und jetzt. Nein. Er stampft immer, da kann ich nicht angreifen. Halt dich bitte fest. Ich kenne deinen Namen immer noch nicht, aber halt dich bitte fest. So, und jetzt. Stich zu. Irgendwie bringt mir das nichts mehr, oder? Kann ich denn weiter hochgehen? Nein, runter. Ich muss irgendwie... Fuck. Jetzt ist er auf mich draufgetreten. Fuck. Was muss ich tun? Ja, wiederholen. Shit, was muss ich tun? Okay, 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 okay. Okay, ich kann's nicht. Ich hab ja... ...verstanden. Okay, ich muss ihn erklimmen. Aber ich hab jetzt keine Stelle gesehen, wo ich noch weiter hoch hätte gehen können. Jaja, die Szene kennen wir. Jetzt können ihr die Waffen wechseln. Jaja, weiß ich auch. Ich hab ja quasi keine. Das, um den Koloss anzusehen. Halten Sie das gedrückt, um die Kamera auf den Koloss zu fixieren. Aha, verstehe. Okay, das ist cool. Hab ich hier schon Licht? Ja, hab ich. Vielleicht muss ich das so anzeigen lassen. Ah, auf dem Rücken ist seine... Ach so, auf dem Rücken ist seine verwundbare Stelle. Jetzt hab ich verstanden. Nicht der Kopf. Dann bringt mir vielleicht sogar das was. Er hat zumindest geblutet, aber er hat keinen Schaden genommen. Ah, fuck. Wieder verzogen. Egal, lassen wir das. Erklimmen wir ihn wieder. Oder wir versuchen es zumindest. Wir können auf seinem linken Bein hochklettern. Das haben wir ja verstanden. Aber der Typ hier ist irgendwie ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Oh, fuck. Okay, okay, okay. Okay, und? Hoch da. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Ausholen und zustechen. Das hat ihm Schaden gemacht. Das ist klar. Aber jetzt muss ich irgendwie höher kommen. Nein. Höher. Ich kann nicht da hochspringen irgendwie. Okay, runter. Bringt so nix. Ähm. Fuck. Und? Ich mach ihm keinen Schaden mehr. Ich muss scheinbar wirklich weiter hoch. Doch, ich komm. Ich komm höher. Ich komm höher. Hä? Aber nicht immer. Nein, nein. Ich fall gleich wieder nach unten. Nein. Hä? Wie soll ich so ein Gigant hochklettern, bitte? Das verstehe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz. Ich meine... Der Typ ist riesig. Wie soll ich da hochkommen? Sobald ich L1 loslasse, fällt er doch, oder? Oder muss ich mich nur festhalten? Nein. Es ist ein wenig kompliziert hier. Okay, jetzt festhalten. Ich kann vermutlich L1 loslassen, wenn er mal da steht. Jetzt ver... Ich mach was falsch, Leute. Ich mach doch echt was falsch. Spring doch! Er kommt da nicht höher. Das hat doch vorhin mal geklappt, oder nicht? Jetzt hab ich mich da irgendwie festgepackt. Muss ich schon wieder runter. Ähm. Ja, Spiel, es wär schön, wenn du mir ein bisschen mehr erklären würdest, muss ich sagen. Sonst hab ich hier so meine Probleme. Nein, ich... Nein! Gottfuck! Was? Ich kann mich... Ich kann mich nicht gleichzeitig festhalten und... Nein! Nein! Immer diese X-Taste! Ich bin nicht erwohnt, mit X wegzurollen. Oh, fuck! Das wird noch was. Scheiße! Ich muss auch die Kamera umstellen. Unbedingt. Sonst hab ich kein... Ne... Hallo? 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 Ich bin gleich wieder tot. Nur falls es jemand interessiert. Geh doch weiter... Er geht nicht weiter hoch. Er geht nicht weiter hoch, Leute. Ich... Ich... Ich weiss nicht, was ich tun muss. Ich versteh's grad nicht. Hier noch mehr zustechen, oder wie? Nein, das bringt nix. Ich komm' ja auch nicht weiter hoch. Er hält sich da nirgendwo fest. Er... Er hält sich da nirgendwo fest. Ich war... Hä? Auf das andere Bein ist doch bestimmt auch Schwachsinn, oder? Äh... Ja, ne, da fall' ich runter. Ich versteh's nicht. Fuck! Was ist denn das jetzt? Es wird mir auch überhaupt nichts gesagt. Das ist ein bisschen schade. Spring doch da hoch! Ja! Ich hab doch die Beine angegriffen. Aber das bringt nix. Ich versteh's echt nicht. Oh, leck mich doch jetzt! Wieder konnte ich nicht zustechen. Nein, es ist gerade ein bisschen... ...schwer für mich zu verstehen, was ich machen muss. Runter, ja. Ich mach' ihm keinen Schaden mehr, wenn ich da zusteche. Woll... Es nervt mich gerade ein kleines bisschen. Weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Das... Das... Das doch, find ich doch ein bisschen... Aber ich hoffe, nach diesen Anfangsschwierigkeiten werde ich dann das Spiel begreifen und dann wird es cool. Aber jetzt gerade, ich... Ich weiß nicht. Ich check' nicht, was ich tun muss. Äh... Wo bin ich denn jetzt? Nicht, dass ich da wieder runterfalle. Äh... Ja, ja, ja. Oh. Ich friss das. Nicht getroffen. Schieß einfach mal so drauf. Das bringt doch überhaupt nix. Ich weiß... Doch, es bringt was. Ich könnte auch tausendmal so draufballern, vermutlich. Haha. Nee, fuck. Nee, fuck. Was soll ich tun? Kann ich irgendwie seine Hand drauf oder so? Ich mein, es ist ja echt realistisch, dass der mich mit zwei... Ähm... Ich sag mal, Schlägen platt kriegt. Das ist ja echt realistisch. So, jetzt bin ich hier. Jetzt halt ich mich wieder fest. Dann hole ich aus. Ich sagte, ich hole aus. Jetzt holt der nicht mehr aus, wenn ich drücke. Komm schon, jetzt. Und... Zustechen. Der Kerl lässt mich nicht zustechen. Er lässt mich einfach nicht zustechen. So, ausholen und... Ja, ich glaub, das war gut. Und... Nein, es geht nicht mehr. Fuck. Ist ein bisschen... Er blutet. War das vorhin schon so? Okay. Okay. Greif dir einfach immer die gleiche Stelle an. Ich denke mal, das ist okay. Vielleicht wollte ich vorhin einfach nur zu viel. Aha. Aha. Auf einmal. So, was jetzt? Jetzt fällst du. Wo kann ich jetzt mich hoch... ...klettern lassen? Hier am Arm bestimmt. Na... Wie schnell hätte ich hier bitte sein gemusst? Nein. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Das ist so scheiße, wenn er mich einfach zertreten kann, wenn ich da rauf will. Aber ich hätte da echt... Hallo? Gehst du jetzt da hoch? Ich hätte da echt ultra schnell sein müssen, glaub ich. Der war ja kaum lange auf den Knien. Jetzt steh ich zu. Ich hab nicht mehr die Möglichkeit. Ich hab echt nicht mehr die Möglichkeit. Nein, ich... Ich kann mein Schwert gar nicht mehr wirklich ziehen. Ja, jetzt hat sie geklappt, aber ich muss wieder runter. Meine Ausdauer ist wieder am Arsch. Ich bin überzeugt, ich mache immer noch was falsch. Aber ich weiß nicht genau, was. Ja, ich müsste jetzt bestimmt sonst irgendwo hochklettern. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, sonst irgendwo hochzuklettern. Warum fällt er nicht mehr zu Boden? Er ist am Boden. Doch, jetzt. Jetzt hoch. Aha. Nein. 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 Jetzt springt der Vollidiot weg. Was? Hallo? Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Okay. Es wird nichts. Das ist dein Failpart. Ja, ich gebe es ja zu. Was? Los, jetzt. Kletterfahren. Lass ihn jetzt in Ruhe und kletter verdammt nochmal da hoch. Jetzt geht er. Er klettert nicht hoch. Doch, jetzt. Hier wieder zustechen. Wieder zustechen. Komm. Aber wo kann ich jetzt weiter? Wo kann ich jetzt? Shit. Shit, shit, shit. Geht er hoch. Oh, bitte geht er hoch. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas echt nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein, verfickte Kamera. Dreh dich doch so, wie ich es will. Ich weiß, da müsste ich sie halt so drücken, wie ich es will. Aber, na, ihr wisst schon. Komm schon. Fällst du? Ja, du fällst. So, jetzt geh. Was? Ich habe R1 nicht losgelassen. Geh weg von seinem Fuß und geh da hoch. Verfickt nochmal. Ey. Ich kann die Steuerung nicht. Nein, ich sage nicht, das Spiel ist scheiße. Ne, sage ich nicht. Aber die Steuerung ist ein Murks. Du sollst jetzt da reinstechen. So, und jetzt bitte geh da hoch. Geh. Geh jetzt bitte da hoch. Ich bitte dich, geh da hoch. Ich bitte dich. Jetzt hier hoch. Jetzt geh da rüber. Geh da hoch. Oh Gott. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Warum ist er jetzt runtergefallen? Ich. Das Spiel mag mich nicht. Ja, ich kann mich da oben hinstellen. Habe ich ja jetzt kapiert. Aber. Aber was dann? Oh. Komm jetzt. Doch mal gut. Ja. Ich habe es irgendwie viel einfacher. Er hat mich zugestochen. Ich habe es irgendwie viel leichter vorgestellt, muss ich sagen. So. Und jetzt habe ich hier kaum. Äh. Dinge hier mehr. Ihr versteht schon. Aus. Er klettert nicht hoch. Er klettert nicht hoch. Und ich muss mich wieder gleich fallen lassen. Beziehungsweise er tut es selber. Nein. 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 Nein.